Hui, hallo und herzlich willkommen. Ich bin nochmal wieder hier und hier ist wieder euer Jocke und ich mach mal ein bisschen Erde weg. So, und wir nähern uns ja schon dem ersten Advent. Das heißt, ich muss hier die Arbeit jetzt einstellen an dieser Stelle und wir müssen, huch, Klipper töten. So, dann haben wir es. So, erfolgreich hinbekommen. Dann haben wir die Spinne, nehmen wir auch noch mit. Kommen wir her. Hey, wieso drückt er nicht? Oh, hier auch. Und weg. So. Alles klar. Es geht zum Wandersdorf, würde ich sagen. Denn, morgen ist der erste Advent oder, beziehungsweise, wenn ihr das sieht, ist das schon der erste Advent. Also, heute ist der erste Advent, somit. Hallo, Wufis. Ich muss jetzt mal ein bisschen krempeln ab. So, fast. Hier habe ich den Fach für Krempel. Nee, das ist hier. Hier oben. Passt aber nicht mehr rein. Hier, mh, wirklich. Ich habe keine Kiste auf Start. Habe ich hier eine Kiste drin, vielleicht? Hier ist eine Kiste, haben wir hier noch. Wunderbar. Die nehmen wir gleich mal. Und die tun wir da oben auf. Hm, ja, die gibt es da oben auf. Und dann könnte ich hier nämlich den Krempel reinschmeißen, den ich jetzt so spontan da habe. Einfach so, schmeiß einfach alles hier rein. Einfach sind los, ohne Verstand. Einfach alles rein. Und ein paar Steine muss ich mitnehmen. Dann habe ich die mitnehmen. Das kann ich mitnehmen. Gammelflasche nehme ich auch mit. Weil ich ein paar Hunde mitnehmen werde. Und Knochen. Knochen, Knochen, Knochen hier rein tun. Die brauchen wir nicht so dringend. Pfeile brauchen wir auch am Start. Eisen bleibt auch bei mir. Ich glaube, ich nehme ich alles Eisen mit. Ja, ihr Hunde ist hier, bleibt hier leider. Ich muss es leider hier lassen. So. So, nehme ich alles Eisen mit. Ich muss nicht so viel Eisen mitnehmen. Habe ich denn hier irgendwo Eisen? So. Hm. Was brauchen wir denn noch? Das lassen wir auch. Hier Kohle nehmen wir mit. Kohle nehmen wir mit, auf jeden Fall. Und alles andere können wir uns da besorgen. Das brauchen wir nicht zum Bauen. Kompass. Auf jeden Fall der verliebte Kompass. Kann ich schauen. So. Alles klar. Dann sind wir soweit. Äh. Naja. Dann geht's los. Ja. Normalerweise würde ich ja schöne Weihnachtsmusik im Hintergrund laufen lassen. Aber von Inkoprotech. Inkoprotech. Ja. Das war eigentlich schon vorhin, glaube ich. Ähm. Ja. Habe ich ja sonst immer die Musik genommen. Aber jetzt. Die haben irgendwie neue Geschäftsbedingungen. Da werden jetzt in letzter Zeit alle Videos von mir bei YouTube mit Urheberrechtsverletzungen blockiert. Auf jeden Fall kann ich keine Werbung mehr drin machen. Gut. Will ich ja somit keine Werbung machen, weil es total sinnfrei ist bei den wenigen News, die ich habe. Ähm. Was soll ich sagen? Aber ja. Gut. Ich müsste mir Musik kaufen. Ich habe aber jetzt immer noch keine GEMA-freie Weihnachtsmusik gefunden, die ich jetzt kaufen könnte. Die auch zu einem Preis, die ich mir dann leisten könnte. Das muss ja alles perhältnismäßig sein. So. Ähm. Zu dem, was es mir nutzt. Ja. Und was man da rausgibt. Also ich habe ja grundsätzlich kein Gewinn dadurch, dass ich die Musik kaufe und dann da rein tue in die Videos, weil das wird sich nicht einspielen. So habe ich alles. Bofi ist auch da am Start. Okay. Na, ich wollte eigentlich nur drei mitnehmen. Hm. Aber hier guckt alle so traurig. Bitte aber. Ich guck jetzt hier. Okay. Dann kommt ja alle drei mit. Was sollst. Äh, alle vier meine ich. So. Okay. So. Ich soll eine Tür offen lassen, dass die dann alle durchkommen. Kommt hier. Ah. Alle durch. Alles klar. Passt doch. Passt doch. Passt doch. Gehe ich zu Fuß mit euch oder wollen wir fahren? Ich will mal zu Fuß gehen. So kann ich nur so ein paar Schäden beheben und wir können ein bisschen spazieren gehen und, äh, unnütztes Labern. Ähm. Ein Vorteil, dass wir noch so einige Sachen reparieren können. Ich glaube, hier war auf der Strecke einiges kaputt. Muss ich mal gucken. Dann gucken wir, wie es kommt mit. Alles klar. Dann mal gucken, ob sie mithalten können. Hey. Laufen wir mal. Zack, zack. Mach ich das hier noch? Bäh. Soll ich mal ein Zombie zu hören? Das ist eine relativ lange Strecke. Das haben wir auch wahnsinnig viele Naukosten. Da weiß ich auch echt nicht, wie ich das machen soll. Der Bahnhof. Siehst du, da ist zum Beispiel eine Lohre. Die können wir ja nehmen. Siehst du wohl. So. Das war auch so geplant. Natürlich. So. Da sind gar keine Antriebsschiene mehr. Ich habe zugemacht. Genau. Ich habe heute zugemacht. Hier klinge wir. Da fehlt aber nichts mehr. So. Das ist aber dran. Das ist halt hier. Das war hier so eine Station. Hier wurde mal angehalten. Und dann halt wieder. Und dann gab es wieder Strom auf dem Gleis. Dann ging es dann weiter. Aber die Station wurde nicht gemacht. Weil die machte keinen Sinn. Das war einfach so frei. Die Station war. Deswegen konnten wir das gerne. Tschüss. Kommt. Kommt. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 hierhin gefahren ist ja gut das ist egal wo es hier die zwei rein eine brauche ich muss überlegen muss ich denn weiterfahren ich muss jetzt glaube ich zum hauptbahnhof fahren genau hier sind wir hier ist eine kurze strecke hier fehlen dafür schon zwei schon wissen ja wo die andere kommt sowas müssen wir genau wissen jetzt um den quats block müssen wir so genau war das zum quats block was habe ich abgelegen hier müsste gar keine da gar kein gleis ist so da fahren wir hier weiter alles da gibt es jetzt zum quats block es wird natürlich wieder zeitraum loszufahren Das geht jetzt mal bei uns. Das hat die Diversion gemacht. Das passt. Jetzt geht es. Ich kann es verloren. Ich kann es verloren. Ich muss noch fleißig einkaufen. Einmal umsteigen hier und dann geht es schon wieder weiter. Zack. Und ab. Fuck. Fuck. Ich kann es nicht mehr sagen. Ich kann es auch nicht mehr abstehen. Schaut auf die Schauer, die wir jetzt noch nicht sehen, aber auch schon mal mit den Schauern. Die Schauernstelle ist nicht so, ist die Schauernstelle. Die Schauernstelle ist nicht so, sondern das ist nicht so, die Schauernstelle. Bis zum nächsten Mal. WDR mediagroup GmbH Bisschen weiter, aber nicht besonders leid, man kann hier direkt reinlaufen. Guck mal, dann können wir hier ein paar Steine mitnehmen. Na, nehmen wir mal so einen Satz Steine mit. So, hat der, so. Okay, na, was kann man machen? So, hier oben ist da so ein Kulit drin. Da ist Kulit drin. Da muss man dann noch Steine produzieren, wenn man wollte. So, Fackeln habe ich am Start, ne? Fackeln habe ich, ja. Fackeln habe ich. Okay, hier könnte ich noch mal schlafen, wenn Nacht wäre. Ist es Nacht, okay? Schlafen wir ein bisschen. Schlafen wir drüber. Gute Sache. Hey, guten Morgen. So, dann weiter gucken wir. Was haben wir hier denn noch? Hier sind die Speisen, genau. Pilze können wir noch mitnehmen. Steak. Pilze, 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 Pilze. Noch mal Pilze machen. Gabelfleisch haben wir jede Menge. Hm. Ein bisschen mehr mit. Und, genau. Kürbiskerne. Wollen wir ein paar mit für ein paar anpflanzen. Melonenkerne. Was lasse ich da Melonen an? Die Melonen wollte ich woanders anpflanzen. Weizenkörne, ganz einfach. Da würde man ein bisschen Weizen dort in der Nähe haben. Genau. Mal kleine Felder machen. Eis. Eis brauchen wir nicht. Da haben wir die Lippe dort in der Region. Ist ja was das denn? Ja, jetzt nichts. Somit ist auch dort keiner. Jupp. Das ist auch mal ein alter Arbeitsanzug hier. Ja. Mensch, das ist jetzt wieder fast zu Ende, ne? So. Aber viel geschafft haben wir dieses Jahr. Ein Tunnel hier ist beendet. Wir haben hier diesen Anbau hier gemacht. Das ist eigentlich mal so ein Arbeiterunterkunft war. Ist das eigentlich. Cooler Block. Cooler haben wir mal genug da. Wir können ja mal ein Redstone-Block mitnehmen. Für dort. Das wirst du auch mal einfach haben. Und bis bloß dort. So. So ein bisschen. So. Wann wird das denn? Prisma-Kristalle vorliegen gefunden. Enderperl natürlich, klar. Was haben wir das? Laps. Brauche ich nicht. Noch eine Platte. Aber gar kein Planspieler. Noch eine Patteleise. Brauche ich nicht. Perlemittel. Sonst kriegen wir dort auch selber so zusammengesammelt. Einmal was habe ich schon in der Tasche. Ach, hier haben wir noch mal Laternen. Ratzlund Laternen. Ja. Und denen nehmen wir auch mal ein paar mit. Und dann wird es nicht mehr mit. Wollt ihr mal mit hervon. Laternen und mit. Und wir brauchen die Tisse ist leer. Das ist auch leer. Holzbissen ist noch mal drin. Sehr liebren. Bringen ist noch mal drin. Und da ist auch noch mal Steine. Das ist auch noch mal Steine, oder? Ist hier so ein Lagerbücher. Ok, hier haben wir, was sagen wir da, oh Quatsch, steinische Treppe, brauchen wir alles nicht, wir haben eine Steine mit, das können wir ja machen, Diorit, können wir wahrscheinlich noch was bauen, probiert das, auch steinige Menge, Obsidian, kann man den Tor anbauen dort, wo ist das sein, nicht unbedingt, ach, alles da, wir machen, ach, von da sind wir kommen, ich glaube, den Rundgang haben wir ja schon gemacht, braucht mit euch jetzt nicht noch mal durchgehen, wenn ihr es explizit noch mal wünscht, dass wir es hier noch mal genauer angucken, es ist aber noch nicht ganz fertig, ja, sagt bitte, jetzt über die Toilette und hier ist ein kleines Bad eingerichtet, weil ohne Dusche muss sich jemand so untertauchen, die herauswischen da, so, wir schnappen uns, hier wohnt jemand an, äh, der Namensschild ist weg hier, also hier wohnt hier halt Fuki hier, Ah, gut, hat er kein Schild hängen, Ja, so, oh, Abwechslung Das war's für mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin dabei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich glaube, der Segel ist ein bisschen weggegangen, aber jetzt ist es ein bisschen weggegangen. Schöne, Schöne, Schöne Tos, Tos, Tos weil hier wäre ich nicht mehr so das geht nicht mehr so ein, das geht nicht mehr so ein also jetzt weiß das ist ja so ein ja, doch, doch ja, ja, ja und dann ist es die erste Folge und die erste Folge und die nächste Folge und dann versuchen wir zu nächsten Folge und dann die beiden sind die beiden sind die beiden sind und die die beiden sind und die die beiden sind und die beiden sind sehr wichtig und die beiden sind sehr wichtig und die beiden sind ein Nein, ich bin woanders. Es ist aber sehr leid. Ich war leider gerade sehr, 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 sehr weit. Ich weiß nicht, ich glaube, das kriegen wir fast nicht gespürt. Muss sein. Die Flüssigkeit aber auch nicht. Sie hat auch noch einen dortigen Reachen, aber wir sind einfach woanders. Sie sehen uns immer noch, Komm schon weiter! Komm schon weiter! Komm schon weiter! Komm schon weiter! Okay. Wir können Musikpakete kaufen. Das kostet 5 bis 10 Euro. Das ist ganz okay. Damit kann ich leben. Das macht eigentlich direkt Arme. So, alles klar. Ich muss natürlich... Wo kommt mir die... Habe ich keine Kiste für die Lohren hingestellt hier? Wie geht's aus? Okay. Hm. Gehen wir hier rein. Ach, hier sind tatsächlich schon welche. Okay. Ich habe hier keine Kiste positioniert. Leider kein Bett. Es wird Nacht oder ist Nacht. Jetzt müssen wir hier warten. Erstmal bis das Tag ist. Aber es brennt da noch im Ofen. Schleine, wenn da gebrannt gerade. Hm. So. Hier waren wir schon mal. Das ist echt dunkle Nacht. Das ist echt blöd. Ja. Wollen wir ein bisschen gucken gehen hier. Lava. Sonst ist hier nichts Tolles. Lava braucht. Okay. Oder hier diesen roten Stein. Ach genau. Nehmen wir hier ein bisschen Stein mit. Nehmen wir die Fackel hier an der Stelle an. So. Nehmen wir die Stein abbauen hier. Die geben wir mit. Oh, hier ist sogar Kohle. Hat sich hier sogar richtig gelohnt. Das machen wir mal so. Brauchen wir das hier mal ab. Mal gucken, ob das nicht zu lang wird. Dann kann ich es auch bei FeedMe rauftun, das Video. Bei FeedMe habe ich leider nicht genug Zuschauer, um mich dann für das Premium freizuschalten. Um eben halt länger als 30 Minuten hochzuladen. Oder über YouTube zu laden. Das geht meistens sogar schneller. Aber das wird noch ein bisschen dauern, wenn es überhaupt dazu kommt. Mann. Dieser Kanal ist ja auch schon relativ alt und ich habe hier noch keine tausend. Das war schon. Oh, jetzt noch ein bisschen. Anderer Stein. Mit. Das Spiel verlassen. Dann wurde doch zu nervig. Jetzt kommt sie zum Meckern her. So. Ich bin auf dem Weg zum Weihnachtsdorf. Das ist genau wissen wir. Was nicht da? So. So. Welche Kiste? Ja. Ich bin aber leider jetzt hier. So spät. Ich nehme auf gerade, ja. So. Scheiße, scheiße. Ich finde es gar nicht so scheiße. Aber ich muss anfangen. Heute ist nun mal der Tag vor. Passt mir zu? Geh doch mit. Aber ich kann dich nicht herholen. Du musst selber losgehen. Zack. So. Komm mal hier weg. Die Steine mal mit. Huch. Ähm. Achso. Das habe ich jetzt hier gerade was freigekloppt. Ähm. Machen wir die Steine mal hier hin. So. Ah. Warte. Ich kann dir den Weg ja nachher zeigen. Aber jetzt kann ich gerade nicht. Weil ich ja gerade ein schönes Video mache. Für meine wenigen Zuschauer. Ja. Kannst du machen, ja ne? So. Ja. Auch meine wenigen Zuschauer möchten gerne ein Video haben. So. Passend zu Weihnachten. So. Ich glaube wir haben genug von diesen Steinen, oder? Ja. Ja. Jetzt ist das auch alle. Der Sammeltrieb ist ja auch irgendwie widerlich. Ich kann jetzt gar nicht aufhören. So. 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 Dann machen wir es hier auch wieder zu. So. Ach Gott. Hören wir auf jetzt. Hören wir auf jetzt. Kann man sowieso die ganze Zeit mit verbringen. Weil hier so viele schöne Steine sind. Die man brauchen könnte. Aber jetzt lass das. Das reicht. Das reicht. Das reicht. So. Ist das jetzt Tag schon? Nein. Immer noch nicht Tag. Hm. So. Dann warten wir halt. Ah. 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 So. So. Und was haben wir da noch? Stein. Bleibt Stein. Also bleibt doch da. Bruchstein. Ne. Brauchen wir nicht so dringend. Andersied. Andersied. Andersied haben wir viel. Andersied haben wir richtig viel. Und das ist Stein. Gut. Andersied. Zack. 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 Und zack. Jetzt kommt hier rein. So. Poliert er. Andersied. Oh da. Poliert er. Andersied. Das reicht. Stein. Das bleibt so. So. Okay. Wir haben nichts für Betten an. Jetzt kein Bett bauen. Alles klar. So. Hm. Bruchstein da. Kann man das ja mal eben gönnen. Machen wir das hier mal eben. Mhm. So. Und tun ein bisschen Bruchstein rein. Dann. Achso. Steinziegel. Das sind ja immer Steinziegel. Das brauchen wir auch. Steinziegel. Machen wir hier. Machen wir hier so. So. Machen wir hier zu. Hopp. Hier. Machen wir Steinstufen. Einstufen. Hier sind so viele. So. Das reicht schon. Das wird schon. Sehr gut. So. Das passt ganz gut. Das ist hell schon. Oh. Die Nacht ist ja ewig. Die ist ja ewig lang. Die Nacht. Hm. Was soll denn das? Was soll denn das? Was soll denn das? Wieso dauert das so lange? Hm. Hier so einen Kragen rummachen muss man hier. Ich mach das einfach mal. Sonst mach das hier mal so ab. Ja. Und dann machen wir hier nochmal. Auch nochmal so einen Kragen rum. Ne. Ein Höher muss das, ne? Ja. Ein Höher muss das sein. Höher, ein Höher. So. Mhm. Dann ist das hier. Da hin. Und dann kommt es auch weg. Pass auf. Also. Was hab ich denn da Bruchsteinchen getan? Ich bin ja ein Horst. Verkacktes Bruchstein. Brauchen wir nicht. Hier stand Ziegel. Brauche ich doch. Ich schreie aber auch. So. Pass auf. Kommt das so hin? So geht's auch. So. Und hier. Ja. Wollte ich jetzt, glaub ich. Wollen wir mal was hier so. So. Hopp. So. 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 Äh... So. Ähm... Wollen wir das hab ich mal. Dann86. So. glasseschas. ja das ist auch noch welche was man hier so dass das unterstützt zu erzählen da brauche ich noch mal nein falsch voll droben so so ein block darin setzt ja was ich noch nicht so ganz glücklich damit bin ich das damit da noch ein hin das aussehen so ich weiß nicht das hier rein so das was wir mal hier das tag zu können weiter wandern ist klar nur diese folge die das doch bereich auf jeden fall das ist mein ziel dass wir gemeinsam das war jetzt wirklich zu fuß zum glück ist jeder wie hier so weit gebaut schon so wie kann man nichts klopfen nicht deswegen ist es hier gespürt das ist kein knochen fertig direkt mitnehmen ich habe keinen knochen tut mir leid okay vielleicht sonst ein gege oder so hatten wir nicht so hey das ist ziemlich viel hohe boge war hier eine behausung zum schlafen ja war aber ohne bett das bett ist nicht da geblieben wir gehen normale sparte ressourcen ja auch kein bett auch kein bett das spiel verlassen huch ich will mal hier so einen weg hier ich weiß gar nicht wo es ist so machen wir ein bisschen so alles klar so passt das ich hoffe es ist nicht mehr so weit weg ich hoffe es ich hoffe es so wir müssen spazieren so schön im Wald spazieren vom Schnee ist noch nichts zu sehen aber es wird bestimmt gleich kalt so auch schöne Blumen und hier pflanzen hier so und hier ist die die Schneelandschaft der Schneepujo so mitten hier haben wir uns ziemlich stark dem Wannersdorf auf ok dann sind wir gleich da und in der nächsten Folge bauen wir dann ein bisschen weiter das Dorf aus mhm gucken wir was die fielten Steine ist das gewollt oder war mir ein Stein ausgegangen oder so was ist das hier mhm ok hier ist eigentlich Schnee dann würde ich sagen interessant oder weil der Knochen nicht brauchte klar so lassen wir den nächsten drin ok ja den Weg habe ich dorthin im Prinzip fast komplett geflastert damit wir halt schneller dahin finden nicht damit nicht dass ich da wieder suchen muss wie blöder sagen wir dann auch nochmal Schnee hier müssen wir mal ein bisschen Zaun zwischenlegen ich habe jetzt keinen Zaun mit ne habe keinen Zaun mit ok was willst du jetzt ne musst du jetzt nicht machen ich hole gleich Wasser rein man siehst du dass ich aufnehme und du nimmst keine Rücksicht drauf es dauert nur 5 Minuten ich kann mal nach dem Rätsel gucken so ah man das muss mich doch beeilen das fangen die hier die Görner aus den Herzen das muss mich beeilen die verdursten nämlich hier gerade so die Kalkentrinker sind alle auf dem Balkon dann beeilen wir uns einfach mal ein bisschen es wird ja auch schon wieder dunkel so man ist aber der Weg wusste ich ja gar nicht was denn da passiert das müssen wir weg machen das können wir nicht zulassen so so was sind wir noch die Keine ah wohin haben wir Gäste da ist noch Kohle an der Wand hallo ja da habe ich auch noch ein bisschen Knochen so hier hat man Blumen interessant achso ich muss mehr was essen das wird ja auch langsam dunkler wir müssen echt ankommen es wird echt Zeit hopp hopp lauf jocke lauf schnell wie es nur geht ich weiß auch noch gar nicht mehr wie weit das weg ist aber das ist immer noch ganz schöne Strecke hopp 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 so man jetzt haben wir doch eine längere Folge jetzt habe ich es nicht geschafft unter 30 Minuten zu bleiben ganz blöde Geschichte jetzt sind wieder viele Treppen hier sind die Bäume noch nicht ganz dickät auch wir müssen ja sehen das ist hier muss hin schneller hopp 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 wie so ein Känguru Schade, jetzt hat uns hier der Baum hier ausgebremst. Oh, wir sehen es schon. Wir sehen es schon, wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Hey. Können wir nochmal laufen, das ist eine Kode. Und jetzt kommen wir noch den Rest seines Zummis hier rum. Sehr gut. Jetzt geht es hier hoch. Die Treppen auch schon ein bisschen spartanischer. Und hier sind wir schon. Dann ist das hauslässlich. Aber wir sind da. Und wie ihr seht, ist alles sehr langweilig. Ohne, ja hallo. Ohne Texturpaket. So, hier sind wir verbaut. Und ich weiß nicht, von wem das Bauwerk ist. Unsere Schneemänner. Ah, das ist noch da. Einer ist noch da. Zwei sind noch da. Drei sind noch da. Okay, sie sind noch da. Alles klar. Ja, dann war es das. Und wir sehen uns in einer Woche wieder am zweiten Advent. Also habt euch wohl und genießt den ersten Advent. Ciao. Ich hoffe, ich bin jetzt da. Ciao. Ciao.